Der Lagard 1 Blindcast, die Elevator Edition. Die Fahrzeit 5 Minuten. Die mitfahrenden Startups, Projekte und neue Ideen aus Bamberg. Heute mit Stefan Balduf von Verwendo. Was ist dein Projekt? Ja, hallo, Stefan Balduf von Verwendo. Ich bin seit April dieses Jahres Geschäftsführer und Verwendo bietet hauptsächlich Echtzeitordnungssysteme, also in Englisch Real-Time Location Services und Lösungen für die In- und Outdoor Navigation. Dazu nutzen wir Beacon Tracker als auch Beacons, die wir quasi an einem Asset anbringen können oder auch stationär für die Navigation einfach irgendwo hinkleben und an denen orientieren wir uns dann auf unserem Smartphone. Dabei nutzen wir quasi die eigene Beacon Tracker Technologie, aber auch Bluetooth Low Energy Technologien von Partnern als auch hybride Lösungen, zum Beispiel mit GPS, wo dann die Daten über Lohaban übertragen werden für das Outdoor Tracking und alles wird quasi über eine Schnittstelle in unsere Software kombiniert. Und unser Fokus ist auf verschiedenen Branchen. Zum einen ist es die Industrie, der Gesundheitssektor im Healthcare-Bereich, zum Beispiel Asset Management im Krankenhaus, Kreuzfahrtindustrie und auch aktuell der Bergbau mit unserem chilenischen Projekt. Warum sollten alle unbedingt von eurem Projekt wissen? Weil nerviges und zeitfreundliches Suchen wird den Lösungen von uns ab sofort der Vergangenheit angehört. Denn mit Echtzeitordnungssystemen weißt du immer zu jeder Zeit, auch remote, wo deine Objekte sich befinden. Und egal ob es Werkzeuge sind, Maschinen in der Fertigung, lebenswichtige Geräte in Krankenhäusern wie Infusionspumpen oder zum Beispiel auch dein Kind auf dem Kreuzfahrtschiff, wie wir es zum Beispiel bei MSC Kreuzfahrten implementiert haben, kannst du mit jeder Zeit orten und kannst du vielleicht auch ein bisschen entspannter deinen Urlaub genießen. Und quasi mit Verwendung findest du alles und auch den richtigen Weg, wenn du dich mal vielleicht im Krankenhaus oder auf dem Kreuzfahrtschiff verlaufen solltest. Warum machen wir Tracking? Weil Tracking ein Teil der Digitalisierung ist, der sich künftig wahrscheinlich gar nicht mehr wegdenken lässt. Genauso wie wir mittlerweile fast nicht mehr ohne Navi oder geschweige denn ohne Internet auskommen. Wir wissen aber auch noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht. Das heißt, mit dem Internet hat auch keiner gedacht, dass wir jetzt Videocalls machen. Genauso die Tracking-Systeme, die Ortsdaten haben, mit anderen Daten zu verknüpfen. Das ist eigentlich das 9 plus Ultra. Und deswegen helfen wir dabei, Unternehmen die richtige Technologie zu finden für ihre Anwendungsfälle und helfen ihnen damit, für ihre Mitarbeiter oder die Patienten im Krankenhaus oder die Kunden die Prozesse zu vereinfachen, Stressfaktoren zu reduzieren und quasi die gesamten Abläufe so gut wie möglich auch digital abzubilden, dass sie quasi eine dauerhafte Nachverfolgbarkeit über die Ortsdaten haben. Ja, wir geben nicht auf, weil, wie ich schon gesagt habe, die Technologie ist trotzdem noch in der Digitalisierung in Kinderschuhen. Das heißt, jeder neue Use Case, jede neue Anforderung ist ja noch was, wo wir daraus lernen können. Das heißt, es gibt aktuell noch nie zweimal wirklich die gleiche Lösung. Das heißt, wir entwickeln den Lösungsansatz bei jedem Kunden individuell, was immer für verschiedene spannende Projekte sorgt, wie zum Beispiel, wie kann jemand einen 8-Meter-Durchmesser-Schleifring verlieren. Kann trotzdem passieren, ja. Und natürlich, weil sich die Technik immer weiterentwickelt, ja. Also, mit Biken, der jetzt hier in der Hand klebt, das bestimmt ist dann noch vier Jahre aktuell vom Chipset, das innen drin ist, aber es wird auch immer neue Technologien geben. Das wandelt sich immer weiter, wie Chipsets werden leistungsfähiger, kleiner. Und da wollen wir natürlich am Ball bleiben, um auch immer dann, nach einem gewissen Zeitraum, die modernste Lösung auch wieder weiterzuentwickeln. Bei Windows und Bamberger Gewächs, ursprünglich mal weltweit auch vertreten. Wir fokussieren uns aber jetzt noch auf den Standort Bamberg, sind aber weltweit unterwegs. Wir sind Expertenverortungslösungen, auch in schwierigen Bedingungen, also das heißt quasi auch in Minen, unter Tage, auf den Kreuzfahrtschliffen, mit vielen Reflexionen und so weiter. Und wir sind auch sehr erfahren, weil wir die ersten großen, flächenentdeckenden Beacon-Rollouts in Deutschland hatten, eine Art Blitfaßsäulen-Prinzip auf digitaler Basis, aber auch schon viel Expertise auf diesen großen Kreuzfahrtschiffen oder in schwierigen Umgebungen mit den Minen in Chile gesammelt haben. Das war der Lagert 1 Blindcast, die Elevator Edition. Abonnieren geht überall, wo es Podcasts gibt, und ein Bild zu dem Ganzen bekommst du unter youtube.com. Du hast Fragen an unsere Gäste? Möchtest selbst mal eine Fahrt mit dem Elevator von Lagert 1 nehmen? Oder kennst jemanden ein Projekt, das ist ein Fahrrad, was unbedingt mal einsteigen sollte? Dann nötig. Unter hallo.atlagert1.de